Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, Grüße auch von mir. Genau, hier ist der Erik, richtig erwähnt schon. Und wir haben Filme mitgebracht. Heute, volles Programm. Daliland war in der Sneak Preview unserer Filme über Salvador... Salvatore? Heißt der Salvatore oder Salvador? Salvador Dali. Salvador Dali. Über sein illustres Leben. Und dann haben wir noch Barbie gesehen. Also Kate und ich. Was haben wir denn noch im Angebot? Netflix-Filme. The Weeknd Away und die Berufung. Ihr Kampf für Gerechtigkeit. Und den Rest müssen wir schauen, wie es zeitmäßig passt. Ob wir da noch was mit reinnehmen. Mal gucken. Daliland. Chris, unser Kunstkenner. Darf diesen Film vorstellen. Daliland. Ja, Daliland. Wie sehr hat sich das mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen über Dali... Na, fangen wir an. Der Erik lacht jetzt, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass vor vielen Monaten war ich im Urlaub mit meinen Eltern damals noch und wir waren in Florida und in der Region Sarasota, das ist da südlich von Tampa. Und da gibt es ein Dali-Museum. Und da wurden wir damals reingeschleppt und wir, als wir dort waren, mussten wir immer in dieses Museum gehen, weil meine Eltern von der Kunst eigentlich relativ angetan waren. Oh, okay. Ja, deswegen ist nämlich der Punkt... Bist du genau der Richtige für die Vorstellung. Das ist genau der richtige Ansprechpartner in dem Fall, ja, weil auch bei meiner Mutter heute noch Bilder von Dali hängen, von Dali hängen und zwar die vier Jahreszeiten unter anderem und er ist ja tatsächlich Salvador Dali als der ehemalige spanische Maler, der 1989 gestorben ist im Alter von 80 Jahren. Eigentlich ja eher bekannt für so schmelzende Uhren gewesen und brennende Giraffen und was weiß ich was. Ja, Dali war ein streitbarer Geist und der hat jetzt eben einen Film bekommen mit Ben Kingsley in der Hauptrolle als Salvador Dali. Mary Heron hat Regie geführt und es geht bei Dali Land darum, dass ein jüngerer, ein junger, nicht Kunststudent, ich glaube, der hat sein Studium abgebrochen, irgendwie, der möchte auch so arbeiten in der Galerie, der James, der wird gespielt von Christopher Briney und der, ah ja, hier steht es auch nochmal, ist tatsächlich Assistenz in einer Kunststudium abgebrochen, Assistenz in einer New Yorker Galerie. Und zwar der von Christoph, von Alexander Bayer, Alexander Bayer, viel Deutsch, was geht ja gar nicht mehr, gespielt ist und der, wie gesagt, hilft da, unterstützt da als Assistent eben. Und der hat, die Galerie hat quasi als Großaussteller immer Dali und Dali ist eben bekannt dafür, dass er ja sehr viel feiert, sehr extravagant lebt, sehr viel drüber ist und halt einfach sich selbst auch mehr oder weniger als Kunstfigur sieht. Und genau das verzaubert natürlich so ziemlich jeden um ihn herum. Und er kommt dann auch mit Dali in Berührung, also es ist ja auch so ein bisschen sein Ziel, mit Dali in Berührung zu kommen. Und eines seiner ersten Arbeiten, die er in der Galerie anfertigt, ist eben festzustellen, okay, Dali hat verschiedene Unterschriften auf jedem Bild. Also er hat jedes Bild anders signiert und macht daraus ein, ja, er kopiert die ganzen Sachen und macht daraus quasi einen Fotoband mit den Kopien, mit Dalis verschiedenen Unterschriften. Und es gibt die Situation, dass er das Dali überreichen kann, was seinen Chef ein bisschen aufregt, so, na, warum musst du das machen, was ist mit dir falsch? Und Dali findet das aber gut und nimmt ihn quasi mit in sein Team, er leiht ihn aus und damit hat James die Chance, nah an Dali dran zu sein und darf eben auch die ganzen Partys mitfeiern, die ganzen Skandale mehr oder weniger, die da mitgehen. Und er wird halt komplett in diesen Sog von Dali hineingezogen und mehr oder weniger darum geht es auch in diesem Film, zu zeigen, okay, Salvador Dali und seine sehr, sehr exzentrische Frau Gala, gespielt von Barbara Sukhova, die eigentlich auch eher eine toxische Ehe führen, die Gala ist immer für ihn da, wenn er sie wirklich dann so braucht als Anstoß, aber eigentlich verprasst sie nur sein Geld und wandelt dann gerade auch noch mit so einem jungen Musiker an, den sie total gut findet. Jesus. Jesus, ja, der den, ja genau, das ist ein guter Punkt, den der Erik gerade reinbringt, Jesus, also Jesus, weil der Sänger spielt in dem Musical Jesus Christ Superstar den Jesus und deswegen ist es für Dali nur Jesus oder Jesus, genau wie James ist San Sebastian, also er gibt in allen Namen, auch seinen Musen gibt er Namen, wie zum Beispiel das Partygirl Ginesta, also Suki Waterhouse spielt die Ginesta und natürlich verliebt sich James in Ginesta und das ist so ein bisschen, man merkt, ich glaube, dass ich da ein bisschen genervt von bin, immer diese, diese halbgaren Liebesgeschichten da, die da mit reinkommen müssen und das ist alles halt in der Künstlerwelt und nichts ist wirklich so, wie es ist. Der einzige, der gebumst hat, war seine Frau mit anderen. Nö, James hat auch gebumst. Ja? Ja, James hat Ginesta gebumst. James. Ja, San Sebastian. Ach so, ja, aber nicht Dali selbst irgendwie auf den Partys oder so. Nee, Dali selbst galt als der große Masturbator. Der Zuschauer, genau. Ja, nein, wirklich, der wird im Film auch wirklich so genannt. Da gibt es auch ein Bild von ihm, was so heißt, habe ich in meiner Recherche herausgefunden. Okay, ja, also wie gesagt, es geht weiter in diesen Sumpf, es wird, man wird durch reingezogen oder er wird reingezogen und im Endeffekt deckt sich dann mehr und mehr auf, dass sehr viel Schein dort ist und nicht so wirklich ungefähr ungebilligt sein muss, wie es ist. Es gibt auch immer wieder Rückblicke zum jüngeren Dali, ich glaube zwei oder drei Stück im ganzen Film, also auch seinen Weg, da wird Dali porträtiert von Ezra Miller. Der halt wirklich eine kleine Rolle nur hat, der hat nur ein paar Szenen, aber trotzdem und ansonsten, ja, geht es bis zum Nervenzusammenbruch von Dali, bis es weiter runter geht. Diesen Weg begleitet eben James mit. Wo das Ganze dann endet und wie es endet, das lassen wir jetzt natürlich offen. Hält sich ja nah an die echte Lebensgeschichte. Ja, wobei halt wie gesagt. Ich kann ja jetzt nichts da finden, dass er dann auf den Mond fliegt oder so. Nein, 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 nein. Aber halt wirklich, das ist dieses, was im Endeffekt wirklich wahr ist da davon und wie das alles funktioniert hat, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Da fehlt mir, da fehlt mir komplette Expertise. Ich kann nur sagen, dass ich Ben Kingsley sehr cool fand in der Rolle als Dali, der hat den wirklich so verkörpert, wie ich es mir auch vorstellen würde. Der Film hat 97 Minuten, das ist auch gut, knackig, finde ich dann in dem Fall für ein Biopic, für so ein halbes Biopic. Also es wird als Biografie und Drama geführt, deswegen. Und ja, schauspielerisch fand ich es cool, von der Story her fand ich es okay, aber halt jetzt nicht so, für mich jetzt nicht so dieser, oh mein Gott, Effekt. Ich weiß nicht, Erik, wie es dir da ging. Ja, war halt, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen drehbuchmäßig hätte nachhelfen können, dass da ein bisschen mehr Pfiff reinkommt. Und es war halt eher so diese, diese ganz verrückte Beziehung zwischen Dali und seiner Frau, die irgendwie so, ich weiß auch nicht, also es war so eine ganz weirde Beziehung. Also irgendwie können sie beide nicht miteinander, aber auch nicht ohneinander und so eine ganz toxische Beziehung, die ihn aber wiederum als Künstler sehr inspiriert hat dadurch immer, wenn sie besonders feurig ihn zusammengefiffen und geschissen hat, dann hat er besonders viel künstlerischen Output gehabt. Das ist ganz weird irgendwie. Ja, es war halt quasi der Mutterersatz, also Galar war halt der große Mutterersatz, den er wohl immer gebraucht hat. Okay, naja, also ja, jeden Tierchen, no King-Shaming, also ja, aber das hat, das hat mich halt irgendwann auch genervt, da immer dieses, diese komische Beziehung zwischen den beiden, die da immer so nach vorne und sie hat dann immer mit irgendwelchen Jüngeren rumgemacht und dann immer diese Rückblenden, wo dann Ezra Miller quasi Dali in Jung gespielt hat und so, das war noch mit fast mit das Interessanteste, wo er hergekommen ist, wie das alles war und ja. Wobei, jetzt muss ich ehrlich sagen, also wenn dich das genervt hat, finde ich das super, weil dann hat, glaube ich, der Film genau das erreicht, was er wollte. Dich als Zuschauer mitnehmen in die Reise und als Betrachter, der dann komplett genervt ist, auch schon von dieser Konstellation von den beiden. Und die ziehen aber ihr Ding trotzdem durch, weil das war doch denen scheißegal. Ja, definitiv war denen das egal. Ja, aber es hat halt, es war anstrengend, den Film zu schauen und das sag ich, wo ich Oppenheimer jetzt, fand ich nicht so anstrengend, Oppenheimer, obwohl das ein drei Stunden Film über Physik und Quantenmechanik war und viele Rechtsgeschichten, ja. Aber den hier fand ich dann doch etwas anstrengend auch und trotz, dass der wirklich normale, in Anführungszeichen normale Filmlänge hatte mit den knapp 90 Minuten, kam er mir doch länger vor auch wegen den ganzen, ja, es war halt nicht so richtig, da war halt mal, dass da irgendwelche Drucke von ihm gefälscht. Es wird halt am Anfang extra erklärt, was sind Drucke, was war der Unterschied, Drucke und Abzüge oder irgend sowas, wurde am Anfang extra erklärt und wo man schon dachte, okay, das ist bestimmt mal wichtig und wird dann auch wichtig irgendwann, aber bis dahin hatten wir wieder vergessen, was da der Unterschied war. Und dann, ja, das spielt aber dann irgendwie, außer dass es mal hoch eskaliert an der einen Stelle, spielt es nicht so eine wahnsinnige Rolle. Und ach, ja, also schauspielerin mäßig sehr, sehr gut und, aber ansonsten. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, Mark McKenna als Alice Cooper. Ja, Alice Cooper, ja, der da immer auf den Partys rumgehangen hat. Der da so überhaupt nicht reingepasst hat, das war so gut. Ja, aber das war, denke ich mal, damals so diese, in der Kunstbubble oder sowas. Ja, aber was ich halt da wirklich auch so gefeiert habe, ist dieses, die standen da immer dran mit ihrem Champagner und Wein und was weiß ich was und er halt immer eine Dose Bier in der Hand. Das fand ich ganz cool. Insgesamt ein sehr okayer Film. Mittlerweile haben wir auch verstanden, was das mit dem Tipp auf sich hat, mit dem Schlaf, weil das ein bekanntes Bild ist von ihm. Aber ansonsten, ja, nee, von mir eher so ein bisschen über Durchschnitt war das. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen gehabt von dem Film und hat mich auch sehr angestrengt, das zu schauen, weil es natürlich auch alles so ein bisschen sehr theatralisch war, auch so. Ich glaube, Dali war ja auch so und deswegen, das war halt doch etwas sehr anstrengend, der Film. Aber ansonsten so diese Zeit, die die darstellen im Film, das war schon alles sehr, sehr ordentlich. Ja, absolut. Die Klamotten, die die anhatten, die Musik und alles. Ja. Nee, von mir sechs Punkte. Ganz okayer Sneak. Nicht der Riesenwurf, aber ich denke mal, eine Oscar-Nominierung, Biopic kommt immer gut bei den Oscars. Eine Oscar-Nominierung für Ben Kingsley ist da durchaus drin. Ja, ich gehe da komplett mit dir Hand in Hand aus dem Kinosaal heraus. Auch sechs Punkte und genau das, was du gesagt hast, unterstreiche ich genauso. Klang bei dir etwas positiver noch als bei mir, aber... Ja, aber... Na gut, was erwartet uns denn morgen, Kate? Auf der Suche... Nee, stimmt gar nicht. Wo sind wir denn? Hier. Das kam jetzt überraschend. Auf nach Bioland. Und sind da schon Tipps eingegangen. Ist der Tipp. Ja, äh, und zwar dein Tipp, äh, die letzte Fahrt der Demeter. Muss ich dem Chris einen halben Credit abgeben, weil der hatte mich darauf hingewiesen, Mensch, das war's doch nächste Woche viel mehr auf deinen Demeter-Tipp von dieser Woche. Und deswegen hab ich das... Ja. Ja, mal schauen. Und der Martin hat noch getippt, äh, Joyride. Ich glaub, diesmal, diesmal liegt mein Tipp, äh, oder Chris und mein Tipp zusammen, Gemeinschaftsproduktion liegt da etwas richtiger, denk ich mal, wegen diesem Bioland und so. Wir werden es morgen rauspippen. Spannend. Die hatten ja letztens erst Premiere in Berlin und haben den Film vorgestellt. Ist sehr positiv aufgenommen worden. Ähm, soll angenehm gruselig sein mit der Überführung von Dracula auf der Demeter nach England, glaub ich, hm, in dem Sarg. Und dann passiert halt einiges auf dem Schiff. Puh. Hm. Mal gucken. So, weitere Kinofilme. Barbie. Willst du das vorstellen? Können wir gerne machen. Können wir hier mal ganz kurz erwähnen, dass ich hier, ähm, alleine als Mann auf das Kind aufgepasst hab, damit hier die ins Kino konnten. Ja. Wahnsinn. Oh. Nein, ich find's auch nichts Besonderes. Also an alle da draußen, stellt euch mal nicht so an. Ja, stellt euch mal nicht so an. Also es ist hier nicht so, dass ihr irgendwelche Atomraketen warten müsst, während ihr mal auf in den Herzen operiert ist. Alles machbar. Nee, am offenen Herzen hatten wir dies ja schon, das reicht mir. Ähm, Barbie. Wer kommt heutzutage nicht mehr um die Barbie-Werbung rum für diesen Film? Sie ist omnipräsent und deswegen kam auch ich nicht drum rum, mir diesen Film anzuschauen. Margot Robbie spielt die stereotypische Barbie, also eine der ersten Barbies. Und sie lebt in Barbie-Land und dort ist alles an seinem Platz, wie es sein soll. Die Welt ist wunderbar, die Fusur sitzt, die Kleidung und Accessoires passen immer zueinander und es ist quasi eine perfekte Welt, zumindest äußerlich. Ähm, äh, die Jobs, die großen Jobs wie Parlament und so werden alle von, von anderen Barbie-Versionen, äh, bestückt. Äh, die Männer sind quasi, die Kens sind quasi nur Bei-Werk und Barbie-Land ist wunderschön und immer, es ist immer Party und es gibt immer, es ist wie Grundtänze und, äh, Mädelsabende und Pyjama-Partys und alles ist super. Bis dann plötzlich, äh, die gute Barbie, also in dem Fall Margot Robbie, ähm, düstere Gedanken hat und das ist irgendwie seltsam und dann wacht sie morgens auf und irgendwie ist irgendwie alles nicht so perfekt und irgendwie ihre Füße sind irgendwie komisch und, 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 und ihr, ihr Toast brennt an und alles ist irgendwie seltsam und das macht ihr große, große Sorgen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt und deswegen begibt sie sich zur komischen Barbie, gespielt von Kate McKinnon oder die seltsame Barbie und, ähm, die kann ein Spagat und lustige Sachen machen. Also, es gab wohl eine Zeit lang diese komische Barbie oder die seltsame Barbie, ähm, und die lebt so ein bisschen außerhalb von Barbie-Land, in so einem Einsiedler-Dasein und, ähm, die erklärt ihr, dass irgendwas vorgeht mit der Person in der echten Welt, die mit ihr spielt und, ähm, das, um rauszufinden, was da los ist, muss, muss Barbie in die, in die Wirklichkeit, in die echte Welt der Menschen, um dort ihre, die Person zu finden, die mit ihr spielt, um ihr zu helfen, wieder glücklich zu sein und das alles wieder toll ist. Also macht Barbie das. Barbie geht, begibt sich auf die, äh, Reise, äh, Ken schließt sich ihr an, gespielt von Ryan Gosling und, ähm, also schließt sich ihr an mehr, ja, eher durch Zufall, ähm, und sie reisen durch das Barbie-Universum rein in die echte Welt. Er ist doch nichts ohne sie. Er muss sich da mit. Ja, er ist nichts ohne sie. Er ist total in sie verliebt. Er hat sich reingeschlichen. Aber sie, 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 sie wollte eigentlich alleine gehen. Und, äh, so begeben die beiden sich in die echte Welt und die echte Welt ist ganz anders, als sie dachten, weil sie dachte, Barbie dachte, dass die echte Welt viel tollerer ist und dass da die Frauen alles machen können, was sie wollen. Und, ähm, doch tatsächlich ist halt die Welt immer noch Männerdominiert und, ähm, irgendwie haben die Frauen irgendwie gar nichts zu sagen so richtig und das irritiert sie. Und dann hat sie plötzlich so komische Gefühle und alle starren sie an oder pfeifen ihr hinterher und sie fühlt sich dann total unwohl in ihrer Haut. Und diese, diese ganzen typischen, echten Frauengefühle und, oder generell menschlichen Gefühle landen plötzlich bei ihr, was sie total durcheinander bringt. Und bei Ken, genau, äh, passiert das auch. Allerdings wirkt sich das anders aus. Denn Ken stellt fest, oh mein Gott, Männer sind hier der King. Oh mein Gott. Und das will er für sich auch. Das will er für Barbie Land auch. Er will auch, dass die Männer mehr zu sagen haben, dass die Kens mehr zu sagen haben und nicht nur da sind, um, um Barbies, ihre Barbies anzuhimmeln. Und so findet quasi, äh, Barbie den Weg zu ihrer inneren Frau und Ken den Weg zum Patriarchat. Und wie sie dann versuchen, äh, das jeweils umzusetzen und was dann mit Barbie Land passiert und auf wen sie dann noch so alles treffen, das verrate ich jetzt mal noch nicht. Aber es ist eine, eine, ich finde es eine unfassbar süße Geschichte, ähm, und auch, dass, dass nicht alles, äh, immer so bunt und glänzend dargestellt wird. Und dass, das dargestellt wird, dass, dass Frauen sich manchmal einfach auch nicht gut fühlen und auch nicht gut, immer gut fühlen müssen. Und, und nicht immer den Erwartungen der Gesellschaft, äh, ja, Tribut zahlen müssen und dem gleich werden müssen, was man von ihnen denkt, zu verlangen, ist gut. Und, äh, ja, und Ken, ja, Ken ist halt Ken. Das, äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, ich, also, ich fand's eine farbenfrohe, bunte, schöne Mischung aus Feminismus, aus, ja, glücklich sein. Eine Frau zu sein. Und auch mal der Wahrheit, die Wahrheit zu sagen. Und das, äh, macht zumindest, äh, eine in dem Film ganz, ganz massiv. Und zwar, äh, wie heißt sie denn? Americana Ferreira. Äh, America Ferreira spielt da mit, die spielt die Gloria. Und, äh, der ihre kleine, Anfangstrichen kleine, Monologrede im Film macht ja auch momentan die Runde. Ähm, und die ist, das, also, die spielt das einfach wunderbar. Ich war totaler Fan von Gloria. Und, äh, ja, es, ich, also, ich fand den Film super. Ich weiß nicht, was, äh, der Ken in unserer Runde, der Erik sagt. Ja, der blonde Ken, ja. Ich, puh. Ja. Ähm, ich, bin mir nicht sicher, ob's so ein Film gebraucht hat gerade. Hatte ich gesagt. Ähm, in der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Ähm, und vor allem hatte ich immer im Hinterkopf halt auch, es ist eine Produktion von Mattel, also von der Firma, die, die das Ganze so herstellt seit vielen Jahren. Und damit richtig Asche macht. Und jetzt, wo es nicht mehr so gut läuft, jetzt machen sie halt einen Film. Ähm, und, äh, das hatte ich halt auch immer im Hinterkopf, wo ich das gesehen habe. Ich meine, alle, alle selbstironischen Szenen, alle Szenen, wo sich Mattel, äh, selber darstellt als patriarchisches Unternehmen und so, das ist halt alles wohl kalkuliert von, von deren Marketing. So nach dem Motto, ah, okay, die nehmen sich selber auf die Schippe, na, vielleicht sind die doch ganz cool und so. Und, ähm, deswegen, tja, dann wurde mir auch ein bisschen zu viel gesungen und getanzt in dem Film, aber das war ja erwartbar. Ähm, sowas kann ich ja allgemein nicht so ganz ab, da halte ich es dann eher wie bei Shrek hier, hör auf zu singen. Ähm, ja, ansonsten diese, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wo halt, äh, Barbie und Ken dann in der realen Welt sind. Und dann, das hatte so ein bisschen was von, was weiß ich, wenn da irgendwelche Zeitreisenden irgendwo ankommen und alles ist ganz komisch oder so, oder irgendjemand war lange weg und, ähm, hat dann so diesen Clash, äh, mit der aktuellen Zeit, was sich alles verändert hat und wie das aussieht und so. Die Szenen fand ich eigentlich echt gut gelungen, aber die waren eigentlich viel zu kurz, weil die sind am Anfang in Barbie Land, dann kommen sie mal in die reale Welt und kriegen da so ein bisschen, ähm, vom, ja, eine kalte Dusche ab und kommen dann halt wieder zurück, äh, in Barbie Land. Die Reise war natürlich auch ganz witzig, aber es ist halt unheimlich viel auch so Product Placement, ja, wo dann, wo du mal irgendwelche Sachen siehst, die, diesmal bei Barbie, also ich kenne ja nun, weiß Gott nicht alles, aber ich hatte halt auch eine Tochter, die mit Barbie gespielt hat und so. Und wenn dann irgendwie Dua Lipa als Meerjungfrau Barbie da ist und so, erkennt man das halt schon wieder, weil so eine hat sie auch gehabt und so. Ähm, ja, und da ist halt unheimlich viel Product Placement drin und deswegen, für mich hatte das so ein bisschen immer so ein leichtes Geschmäckle von so einem Marketingfilm von, von, von Mattel, so nach dem Motto, ja, wir, wir, wir zeigen jetzt mal, dass wir doch nicht ganz, dass wir es doch nicht ganz so, äh, stereotyp meinen, wie wir es die ganzen letzten Jahre gemeint haben. Ja, die ganzen letzten Jahre haben wir so eine, so eine übelst unproportionierte, die einfach so, wo niemand so in echt aussieht, haben wir verkauft und damit viel, viel Kohle gemacht. Und auch die anderen Varianten, die wir verkauft haben, die, äh, die sahen auch nicht gerade aus wie echte Frauen und jedes Mal, wenn man, ja. Darf ich ganz kurz nur sagen, ähm, kennt jemand noch He-Man? Ja gut, das war ja, das war ja ein spezieller Fall, gibt's auch eine gute Netflix-Doku drüber, wie die das damals gemacht haben, ja. Ja, ich weiß auch, just saying. Ja, aber, äh, das war ja auch Mattel, wenn ich mich recht erinnere, oder? Vollkommen richtig, ja. Also, vielleicht ist Mattel hier wirklich so ein, so ein Evil-Konzern, der einfach versucht, jetzt hier mit so einem quietschbunden Film sich da ein bisschen reinzuwaschen, ja. Und man geht dann rein und denkt sich, ja, geil, die reden hier von, äh, von wichtigen Themen, was sie auch tun im Film, ohne Frage. Wahrscheinlich hat da Greta Gerwig als, äh, Independent-Regisseurin, die ja wirklich gute Filme gemacht hat, äh, wie Franz S. H. und so, ähm, oder Little Woman, äh, die hat natürlich da auch, äh, drauf Wert gelegt, dass die, die Message rüberkommt. Aber, ich sag mal so, die anderen Sachen, das, ich hatte halt immer im Hinterkopf, das kommt von Mattel, wenn das jetzt ein reiner Greta Gerwig-Independent-Film gewesen wäre, der sich mit sowas beschäftigt, vielleicht, aber dann am Anfang hier Mattel-Pictures, puh, schwierig, schwierig, ähm, Ryan Gosling hat da extrem coole Szenen gehabt auch, fand ich, also der hat sich schön selbstironisch dann dargestellt als Ken, richtig gut. Und ansonsten, es ist halt, äh, absolutes Popkultur-Phänomen gerade, deswegen, ich glaube, deswegen gehen auch viele rein in den Film und ich gönne dem Film auch seinen Erfolg. Ähm, ich fand's halt nicht so ganz hundertprozentig, also ein Zehn-Punkte-Film ist es für mich auf keinen Fall. Es ist ein gelungener Film, mit dem man Spaß haben kann im Kino, aber man sollte das, ja, immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Ambivalenz betrachten, das Ganze. Ja, ich hab's einfach nur genossen. Hm. Sei dir gegönnt, ja. Sei dir gegönnt. Ja. Hattest du Barbies? Ich hatte eine Ariel Barbie, ja. Ist das auch die Mehrungfrau Barbie oder gab's da noch eine? Keine Ahnung, ich hatte eine original Ariel Barbie. Mit roten Haaren und dem Fabius dazu und so. Achso, nee, dann war das... War halt aus Marketing Ariel, aber es war eine Barbie. Es war so eine Barbie, die konnte unten, jetzt gibt's ja auch diese Mehrjungfrau-Flosse, die man da so anziehen kann, gibt's ja auch so als, ist das ein Sport oder so, oder Hobby auf jeden Fall, wo man so als Mehrjungfrau schwimmen kann, sowas hatte diese Barbie-Figur da von ihr. Naja, von mir, ich hatte auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß als bei Darliland, deswegen 6,5 von 10. Und du? Ich gebe 8,5 von 10. Sehr gut. Sehr gut. Mal gucken, was da noch so kommt aus dem Mattel-Universum. Jetzt bei diesem riesigen Erfolg, das hat ja quasi... War das schon den Erfolg von Super Mario getoppt? Habe jetzt gar nicht so die Zahlen ganz genau im Blick. War performt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sieht man ja auch an der Kinokasse, werden wir nachher gleich... Ja, kommen wir ja gleich. Gute Überleitung. Gucken wir gleich mal in die Charts, wo der so liegt. Und schauen wir mal, was so Neues anläuft. So, in die Charts, Platz 6 in Stuttgart, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Platz Nummer 5, Mission Impossible Teil 7. Ja. Dead Reckoning oder wie heißt das? Teil 1, genau. Dead Reckoning. Immer noch sehr empfehlenswerter Film. Und jetzt habe ich mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich folge so einer Instagram-Seite, die heißt irgendwas mit Filmen, irgendwas, wo die dann wirklich so diese ganzen Tricks enthüllen. Und da siehst du halt wirklich, dass da alles viel, viel handgemacht ist. Nicht alles, aber viel handgemacht. Und das fühlt sich auch gut an. Platz 4, Mac 2. Platz Nummer 3, Re-Ragout. Rendezvous. Ja. Rendezvous. Muss man dazu sagen, ist natürlich in den Innenstadtkinos Stuttgart gab es ja Special Features mit Anwesenheit der Darsteller. Und die waren natürlich rappel ausverkauft, rappelvoll und ausverkauft. Und deswegen hat es der tatsächlich Platz 3 geschafft. Platz 2, Oppenheimer. Ja. Und Platz 1, wer hätte es gedacht? I'm a Barbie Girl. Ja. Barbie. Die läuft für die Kinos. Natürlich wird es schwierig für alle, die jetzt neu starten, da irgendwo in diese Phalanx vorzustoßen. Was startet denn jetzt diese Woche am 17. August? Kandahar startet, den hatten wir in der Sneak Preview und den hatten wir auch schon besprochen. Der neue Film mit Gerard Butler, den ich erstaunlich okay fand. Und obwohl jetzt, wo ich den Jack Gyllenhaal-Film gesehen hatte, den The Covenant auf Amazon Prime, den fand ich da fast von derselben Thematik her auf jeden Fall ein Stück besser. Okay, es startet auch die letzte Fahrt der Demeter, davon hatten wir es jetzt auch schon, Horrorfilm von André Övredal, der auf einem Kapitel von Bram Stocks Dracula basiert. Okay, Past Lives startet noch. Ähm, worum geht's da? Vor 24 Jahren verließ Nora als zwölf Jahre altes Mädchen mit ihren Eltern Korea und damit auch ihren Jugendfreund Hang Song. Zwölf Jahre später fanden sich die beiden über das Internet wieder. Doch zu mehr als täglichen Nachrichten und stundenlangen Videocalls kam es nie. Sie wollte in die Neuheimat. Auslandssemester, doch nun kommt High Song für eine Woche nach New York, wo Nora allerdings bereits seit sieben Jahren glücklich mit Arthur verheiratet ist. Oh Gott. Es startet auch Blue Beetle mit dem Cobra Kai-Star Xolo Mariduena als DC-Held Blue Beetle. Also ein neuer DC-Film, eher so für, glaube ich, die jüngere Generation. Das ist vielleicht so ein bisschen die Counter-Attack auf Miss Marvel. Mal gucken. Hm, ich weiß nicht, den Trailer, den fand ich schon sehr spy-kitzig. Also wahrscheinlich könntest du recht haben, dass er für die jüngere Generation ist. Schwierig. Jetzt bin ich gespannt. Kann er wo nie wahr sein? Kann er wo nie wahr sein? Deutsche Kinderbuchverfilmung von Stefan Westerwelle über zwei junge Ausreiserinnen und eine abenteuerliche Reise ans Meer. Dann haben wir noch ein autobiografisch inspiriertes Drama von Valeria Bruni Tedeschi über drei junge Schauspieler, die Ende der 80er Jahre im Theater des Armandiers studieren und zwar Forever Young. Okay, lämplig. Ich glaube, da wird gebrummhummelt. Okay, ich hatte zwischenzeitlich ja auch mal gedacht, dass das, da gibt es ja diese Reihe Best of Cinema, dass das der Film von, mit Mel Gibson ist, wo der da eingefroren ist und wieder aufwacht oder so. So, Youthopia, ein Drama, ein deutsches Drama, in dem eine junge Frau in einer von Algorithmen beherrschten Zukunft eine vielversprechende berufliche Chance erhält. Ah ja. Was wissen wir zu Wie eine Kugel im Lauf? Regie, Sabu, Besetzung, Jurel Janaki. Ah, Yasudas Karriere als Bankräuber läuft alles andere als gut bei seinem... Eine Karriere läuft nicht gut. Ja, für seinen ersten großen Kug vergisst er einfach seine Maske und bringt es dann nicht einmal auf die Reihe Ersatz aus dem Supermarkt um die Ecke zu klauen. Der Ladeninhaber Aizawa lässt sich nämlich nicht über den Tisch ziehen und rennt Yasuda kurz nach hinten her. Der stößt auf der Flucht mit dem Yakuza-Boss Takeda, dem er noch einen Haufen Geld schuldet. Also heißt es, um so mehr die Beine in die Hand zu nehmen und die Welten des nächtlichen Tokios zu pflichten, um nicht in die Hände der hartnägen Verfolger zu geraten. Ah ja. Aber soll ich das sagen, so von der Story her interessiert mich das gerade, der Film. Ja, schon ein bisschen. Japanischer Film nehme ich an, das mit Yakuza und so. Ja, ja, ja. Also von der Story her, also den hätte ich mir auch gern für Disney gewünscht. Das ist so ein Film, der ist nicht so aus dem oberen Regal, sondern eher so eine kleine Perle vielleicht, ohne den jetzt gesehen zu haben. Ähm, es startet auch noch Subheda, Subheda, ein, ich nehme mal ein indischer Film. Tan-Tan-Harli, ein verehrter Krieger und Befehlshaber unter Chratat-Bali-Shiva, trug den Titel eines Subheda. Obwohl er für seine legendäre Schlacht bei Jing Hagat bekannt ist, beleuchtet dieser Film seinen Beitrag zu Svarea. Ja, von der Überwachung des Baus der Burg Sintu-Burg unter türkischen Bedingungen bis zum Bau von Straßen in Tal Korkan. Während des Sam-Ga-Vesna-Konflikts zeigt der Film seine unschätzbaren diese. Ich lege, äh, oder ich, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt alles richtig ausgesprochen habe davon. Ich glaube, ich habe manche Worte etwas abgekürzt. Aber du hast dich bemüht, das war gut. Ja, das hat sich Mühe gegeben. Gibt noch eine drei Minus. Ähm, okay, dann haben wir das ja durch hier mit den Neustarts. Mal sehen, ob davon irgendwas in der oberen Riege mitspielen kann. Ich wage das ja zu bezweifeln, weil ich glaube, ja, selbst die Action kann da haben. Demeter ist jetzt auch nicht so, wenn da irgendwelche Top-Darsteller dabei wären vielleicht. Hm, Blue Beetle. Hm, da wage ich mal die Prognose, obwohl das habe ich bei Barbie auch gesagt. Da wage ich die Prognose, dass es kein Erfolg wird. Aber, hm, naja. Okay, was haben wir denn noch Schönes im Angebot? Stuttgarter Kino News. Ich mache erst mal kurz meine, weil die liegt noch ein bisschen näher. Das ist nämlich schon morgen, wenn ihr sagt, oh, Sneak Preview, weiß ich nicht, was mich da erwartet. Da kommen manchmal kuriose Sachen. Könnt ihr auch stattdessen in den Innenstadtkinos zu dem speziellen Event gehen, der da heißt Cinema Futuro. Da seht ihr nämlich am 14. August um 19.30 Uhr beginnt das schon. Also auch ein bisschen eher, als die Sneak beginnt. Das heißt, wenn der Film fertig ist, könnt ihr sogar noch den Rest von der Sneak gucken. Läuft der Film Vitalina Varela von Pietro Costa. Da geht es darum, dass Vitalina nach 55 Jahren endlich von den Cabernet zurück nach Portugal kommt. Und über 20 Jahre hat sie auf ein Flugticket gewartet und nun kommt sie zu spät. Ihr Mann ist drei Tage zuvor gestorben. Irritiert versucht sie, sich im Haus des Verstorbenen, das im Lissabonner Armen vor Ort, von Natinjas steht, zurechtzufinden und sein Leben zu rekonstruieren. Und danach gibt es wie immer ein Get-Together im Foyer des Kinos, zusammen gesponsert von Kessler und Schwabenbräu. Da gibt es also Kaltgetränke von den beiden Marken und ja, ich glaube, Tickets können wir hier verlosen, aber ich glaube, das wird zu knapp mit der, geht einfach so hin, bezahlt dafür. Das wird, glaube ich, ein ganz interessantes Kinoerlebnis. Oder geht in die Sneak, also Montag auf jeden Fall, Kinotag, egal ob Cinema, Futuro oder Sneak Preview. Und der Chris hat noch was Cooles, das finde ich richtig cool. Ich habe auch noch was genau, und zwar am 28. August, am Montag, 28. August, vor der Sneak, von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr gibt es etwas Neues in den Innenstadtkinos von Stuttgart. Und das Ganze nennt sich Cineplay. Das kommt von der Firma Halbautomaten. Die haben drei Spiele, Fußball, Autorennen und ein Quiz. Und man kann da auf der großen Leinwand sich die Wartezeit ein wenig verkürzen, bis das Vorprogramm losgeht. Und zwar mit kleinen Multiplayer-Games. Das heißt, in dem Fall mit dem Handy den QR-Code scannen. Dann muss man nicht mal eine App runterladen und nichts, sondern man bekommt dann die Steuerung drauf. Das wird wahrscheinlich webbasiert sein. Und dann kann man an diesem Autorennen oder Fußballspiel mit teilnehmen. Das heißt, der ganze Kinosaal kann da auf der großen Leinwand zocken. Was ich relativ witzig finde, also ich habe Bilder gesehen, wie das aussieht, auch schon bewegt Bilder dazu. Es ist jetzt grafisch vielleicht nicht das, wo man sagt, meine Fresse, was haben die da aufgerissen für Dinger. Also das nicht, aber es ist, wie halt es immer ist, wenn das Spiel Spaß macht, ist die Grafik erstmal zweitrangig. Siehe Tetris, das viele heute noch spielen. Und da hat sich die Grafik in den letzten 2000 Jahren irgendwie nicht verändert. Deswegen kommt auf jeden Fall da rein, wenn ihr da seid, um das auch zu testen. Die Macher werden an dem Abend auch da sein, um es zu erklären, wie und was und was man da machen muss. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, da zu sein, weil ich will ja auch selber ein bisschen zocken. Und klingt nach einem Riesenspaß, wenn es das auch wirklich wird, so wie es klingt, dann umso besser. Ich gehe davon aus, weil bevor es ein Scheiß wird, macht man es nicht. Und das passt eben auch zu den Innenstadtkinos wunderbar. Deswegen Montag, 28. August, Cineplay vor der Sneak als Test ab 20.15 Uhr. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen mit angedockt an den CCC. Deswegen der eine Link hier, wo man das Video sehen kann, ist auch media.ccc.de. Also, und wie du schon richtig gesagt hast, also es wirkt, also es können alle im Saal gleichzeitig spielen. Also nicht, dass da manche, wo gesagt wird, okay, du darfst, du darfst, du darfst. Nee, jeder, der ein Handy hat, kann mitspielen, wenn er möchte. Er oder sie. Und das wird richtig cool. Also man hat dann so kleine Figürchen. Das ist dann auch so, man sieht dann auch, wer man ist und kann dann so den Ball hinterherjagen. Wirkt so ein bisschen so wuselig wie Fall Guys, wo dann wirklich so 100 Leute gleichzeitig irgendwas machen. Und extrem cool. Die hatten das in einem Planetarium gemacht, wobei da natürlich mit der gebogenen Leinwand das ein bisschen weird war. Gerade, wenn du dann so Fußball spielst. Aber hier mit der, sagen wir mal, richtigen Leinwand, das, ich glaube, das fetzt. Genau, das verfreue ich mich drauf. Ja, kannst du ja in der Sneak nochmal erwähnen dann. Ja, ja, auf jeden Fall. Steht auch in unserer Gruppe auf Facebook. Ja, habe ich schon gesehen. Genau, sehr gut. Okay, das waren auf jeden Fall hier die Stuttgarter Kino News. Brandheiß hier im Kinocast. Und jetzt begeben wir uns mal in den Bereich Heimkino. Mal gucken, was da so schönes gibt. Heimkino. Kate hatte zwei Sachen eingetragen ins Dokument, was ich da cool fand, wo sie gesagt hat, okay, das gucke ich vielleicht diese Woche. Und dann habe ich die auch mitgeschaut. Und der erste ist The Weekend Away. Genau, The Weekend Away ist schon ein bisschen älter. Der ist schon vom März 22. Macht ja nichts. Ein bisschen älter, ist ein Jahr alt. Früher hast du die Kinofilme da gerade mal erst mal im Kino gesehen, wenn die vor einem Jahr in den USA rauskamen. Das stimmt. Und es geht um zwei beste Freundinnen, die Kate, gespielt von Christina Wolff und die Beth, gespielt von, ich kann den Namen nur falsch aussprechen, Leighton Meester. Meester, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Matthias Meester. Und die haben gemeinsam in der Vergangenheit in der Schule einige Rücksteller überwunden und sind deswegen sehr sichtige Freunde gewesen. Und egal, was so passiert im Leben, sie schaffen es immer irgendwie zusammen einen Ausflug zu machen, einmal im Jahr. Also ein Wochenende zusammen zu verbringen. Maler ist nur einmal. Und die beiden haben sehr unterschiedliche Leben. Also Beth ist Mama frisch geworden, lebt mit ihrem Mann zusammen und in relativ bescheidenen Verhältnissen. Und die Kate hat sich jetzt gerade scheiden lassen von ihrem sehr betuchten Ehemann und lebt auf großem Fuß und reizt die Kreditkarte aus, solange es noch geht, bevor er sich sperrt und so. Und dieses Jahr wollen sie eben zusammen Urlaub machen in Kroatien. Ein Wochenende zusammen verbringen. Und beide leben eigentlich in England oder halt irgendwo in Europa. Beth lebt auf jeden Fall in England. Und deswegen ist das Kroatien jetzt auch nicht so ewig weit weg. Eine Flugreise geht relativ schnell. Und die Kate animiert die Beth, um ein bisschen auch wieder rauszukommen aus ihrer Wohlfühlzone. Sie ist relativ frisch, Mama. Das Kind ist noch relativ klein. Sie ist noch unter einem Jahr alt, mit Sicherheit. Und es fällt ihr schon schwer, auch das ganze Wochenende wegzufahren. Aber sie macht es, weil sie es einfach jedes Jahr machen und die Auszeit vielleicht auch mal ganz gut tut. Und so treffen die beiden sich also in Kroatien und wollen eine Partynacht mal verbringen. Gehen dann auch aus und gehen fett essen, richtig, richtig schick essen und Muscheln und keine Ahnung, was weiß ich. Gehen dann nachher in eine Bar und alles ist super. Lernen da zwei Typen kennen. Die Beth ist ganz zurückhaltend, weil sie ist ja verheiratet und so. Aber sie redet halt mit denen mit und sie beschließen dann auch, dass sie mit zu ihr nach Hause kommen, also in ihre Ferienwohnung. Und eigentlich ist alles soweit in Ordnung. Die Beth fühlt sich zwar ein bisschen unwohl, aber sagt sich, gut, ist halt so. Also solange ich nichts mache, passiert ja auch nichts. Jetzt wacht sie aber am nächsten Morgen auf und ist ziemlich verballert und kann sich nur an Bruchstücke der letzten Nacht erinnern. Und es ist alles ein bisschen weird und sie versucht, sie steht dann halt auf, guckt in der Wohnung umher und findet aber Kate nicht. Kate ist verschwunden, ist nicht da. Sie versucht sie anzurufen, sie geht nicht ins Telefon oder an ihr Handy. Ihre Tasche ist nicht auffindbar, sie ist einfach nicht da. Sie wartet ein bisschen ab, aber findet sie einfach nicht. Und deswegen geht sie dann aufs Tourismusbüro, wo auch gleich irgendwie eine Polizeistation mit dabei ist und meldet, dass Kate weg ist und fragt halt, ob die helfen können und irgendwie so. Und so dann relativ schnell herausgefunden, dass Kate wohl tot ist und Beth die Hauptverrächtige ist. Und jetzt versucht sie halt rauszufinden, was in der Nacht tatsächlich passiert ist und ihre Unschuld zu beweisen und auch rauszufinden, was mit Kate passiert ist. Das alles in einem fremden Land, ohne Hilfe. Sie freundet sich dann mit einem Taxifahrer an, der halt auch mit ihrer Sprache, also Sprachbarriere dann auch funktioniert und so. Und ja, sie kommt halt immer mehr in so einen Strudel von Lügen und Geheimnissen und ja, alles ist nicht so, wie sie gedacht hat und Kate ist nicht die, die sie gedacht hat. Und sie selber findet über sich selber auch einiges raus, von dem sie vorher nicht gedacht hatte, dass sie so reagieren würde. Und ihr Mann spielt dann auch noch eine wichtige Rolle in dem ganzen Trara, der dann auch zwischendurch mal nach Kroatien kommt, um rauszufinden, was da los ist. Und ja, alles weird, alles seltsam. Und wie gesagt, sie versucht dann eben rauszufinden, was mit Kate passiert ist. Mhm. Genau. Genau. Und das war, also, der Anfang ist sehr tröge. Ja. Aber dann fand ich, wird der Film richtig gut. Also ich hätte es nicht gedacht. Wir hatten ja letztens erst Missing, diesen Film. Ich hatte ja noch in unserer Gruppe geschrieben, so, ja, wahrscheinlich ist das so ein bisschen was wie Missing 2 hier jetzt in Kroatien. Aber das macht dann doch noch ein paar andere Richtungen. Und was ich auch gut fand, ist, dass nicht jeder, den sie dort trifft in ihren Ermittlungen, der irgendwie ein bisschen weird ist, dass der nur wirklich gleich ganz weird ist und sie umbringen will oder so, wie es meistens in amerikanischen Filmen ist. So nach dem Motto, ja, liebe amerikanischen Freunde, bitte bleibt lieber zu Hause, redet mit niemanden Fremden, ja, alle sind böse oder so. Sondern hier, sie kommt halt nach Kroatien, ein paar Leute versuchen, ihr zu helfen. Die wollen hier halt wirklich helfen. Manche haben natürlich auch eine eigene Agenda, aber ansonsten, ja, haben sie wahrscheinlich alles während Corona gedreht, weil da war ja in anderen Ländern teilweise Lockdown und so. Und hier Kroatien ging da noch. Und sieht man auch mal ungewohnte Bilder für so Kinofilme. Also ich meine, außer in Game of Thrones, da hat man viel von Kroatien gesehen. Aber so für Kinofilme, so das Ganze, ich kann mich kaum erinnern, welcher Film in Kroatien letztens gespielt hat. Höchstens dieser Infinity Pool, war der Kroatien? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass das, also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, dass das in Split gedreht ist. Von der Küste und von deren Strandbildern könnte das gut in Split gedreht worden sein. Und da ist es halt echt schön. Also ich selber war noch nicht da, aber ich kenne viele, die schon dort waren. Und das ist, also Kroatien ist tatsächlich echt eine Reise wert. Das ist wirklich schön da. Gerade am Meer. Denke ich auch, ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand den Film auch. Am Anfang habe ich gedacht so, oh je, oh je, nimmt der mal Fahrt auf. Und dann geht es aber gut ab. Und dann nimmt das auch Wendungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ich habe am Anfang mal kurz gedacht, ey, der verhält sich aber komisch. Ist der irgendwie da involviert? Und dann, erst dann war es wieder eine ganz andere Richtung, wie man gedacht hat. Und, also ich fand es, fand es richtig spannend. Und man hat so ein bisschen mitgefiebert. Und das, mittlerweile gibt es so viele Filme, die in so eine Richtung gehen. Und bei manchen, die sind einfach langweilig oder total vorhersehbar. Und du weißt, nach zehn Minuten, na, der ist der Killer. Und ich finde es, es wird immer schwerer, dass mich ein Film interessiert, fesselt und auch noch überrascht. Also so Twists wie jetzt, oder so Richtungen, die es jetzt hier eingeschlagen hat. Oder auch bei Missing, den Plottwist oder die zwei Twists am Ende. Das muss ich erstmal heutzutage hinkriegen, bei der Flut an Filmen und Serien, da den Zuschauer noch zu überraschen und mitzunehmen. Und das, finde ich, hat The Weeknd Away gemacht. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Hat mich ein bisschen positiv überrascht. Deswegen gebe ich mal sieben Punkte. Ich sehe zwar im Internet, die haben alle so schlechtere Wertungen, aber ich weiß nicht, mir hat er ganz gut gefallen. Ich mochte das Setting und die Darsteller. Ich bin punktemäßig so bei acht eigentlich schon. Weil ich fand den, ich habe den auch jetzt schon mehrfach den ein oder anderen Freunden weiterempfohlen. Ja. Gut. Dann, nächster Film. Englischer Originaltitel On the Basis of Sex. Deutscher Titel Die Berufung. Ihr Kampf für Gerechtigkeit. Und was ich erst im Laufe des Films für mich, weil ich dachte, Moment mal, der Name kommt mir da irgendwie bekannt vor. Und es handelt sich um die, sagen wir mal so, um das Biopic der US-Verfassungsrichterin Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, die ja berufen wurde und die dann, glaube ich, von Trump wurde die, glaube ich, wieder abgesetzt oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas war doch da. Und die Hauptrolle wird gespielt von Felicity Jones und wir fangen erst mal relativ früh an, wo sie noch studiert in den 60er Jahren oder so, die Drehe. Ähm, glaube ja. Und sie lernt ihren Mann kennen und beide studieren. Und damals war es halt auch noch extrem, ähm, die Ungleichheit vor allen möglichen Institutionen von Mann und Frau. Also das war in den 60er Jahren wirklich ganz extrem. Und das so zu sehen, beide, beide wollen studieren, beide studieren Jura eher, eher so in Richtung Verfassungsrecht und Steuerrecht und sowas. Und sie, weiß gar nicht, was sie studiert hatte für einen Bereich. Und, ja, ja, bei ihm wird am Anfang gleich, ähm, Krebs diagnostiziert mit einer sehr schlechten Überlebenschance. Und da dachte ich erst, okay, worum geht's denn jetzt hier in dem Film? Ähm, ich dachte, es geht vielleicht um ein Medizindrama, wo dann irgendwie jemand verklagt wird, ein Arzt oder sowas. Und geht aber dann doch gar nicht darum, sondern es geht halt eigentlich darum, wie dann versucht wird auch, ähm, das ganze Thema Gleichberechtigung von, von Frauen durchzusetzen. Auch später dann an einem Beispiel, das ist dann wirklich schon einige Jahre später, ähm, wo sie dann in so einer kleinen Kanzlei ist. Sie darf auch nicht als Rechtsanwältin tätig werden. Keiner will sie so richtig einstellen. Und sie ist dann erst mal als Professorin unterwegs und unterrichtet auch hauptsächlich Frauen. Und dann hat sie aber so eine Rechtsanwaltskanzlei, wo sie auch tätig ist, wo sie kleinere Fälle machen darf. Und da kommt eines Tages so ein Fall, wird an sie herangetragen von einem, äh, von einem Mann, der seine pflegebedürftige Mutter pflegt. Und da war es so, äh, im damaligen Steuerrecht durften Frauen, wenn sie, ähm, einen Familienangehörigen pflegen, durften das steuerlich geltend machen, dass sie dann steuerfrei sind sogar, wenn sie jemanden pflegen. Was natürlich eine super Sache ist, könnte sich Deutschland auch mal annehmen. Und, ähm, der Mann durfte das aber nicht, weil er eben Mann ist. Weil nicht davon ausgegangen wird, dass ein Mann, äh, so eine Pflegetätigkeit ausübt und dann eben nicht auf Arbeit geht, sondern, ähm, als Pfleger zu Hause ist. Und diesen, diesen Fall nehmen sie sich ran und, äh, wollen auf der Basis wirklich, wie waren es, 178 Gesetze in den USA, wo so ein Unterschied gemacht wird zwischen Mann und Frau in irgendeiner Hinsicht, ähm, natürlich erst mal an dem Beispiel. Und in den USA ist ja immer dieser Fall mit diesen Präzedenzfällen. Das heißt, wenn du einen Fall hast, ähm, dann kannst du darauf verweisen. Und wenn du einen anderen Fall hast, der so ähnlich ist, dann kannst du dann sagen, okay, basierend auf dem Präzedenzfall sowieso, äh, möchte ich jetzt hier auch, äh, dass so und so geurteilt wird. Und, ja, aber dieser erste Präzedenzfall muss halt erst mal geschaffen werden. Und darum geht's eigentlich da so in dem, in dem zweiten Teil des Films, wie das dann gemacht wird. Sie darf auch nicht alleine vor Gericht gehen, sondern da muss ihr Mann mit. Und erst wollen die Richter auch gar nicht, äh, dass, dass sie überhaupt zu Wort kommt. Und extrem gut gemacht, fand ich. Ähm, und dann, wie gesagt, erst in dieser zweiten Phase hab ich erst mal erkannt, ach, Moment, das ist ja die spätere, äh, Bundesrichterin. Ähm, ach, darum geht's jetzt eigentlich in diesem Film. Das ist mir dann erst mal so ein bisschen aufgegangen, weil am Anfang reden die sich auch, glaub ich, immer nur mit Vornamen an. Da fiel nie so richtig der Nachname. Und der Nachname ist ja doch so ein bisschen nicht gerade so, äh, alltäglich. Und deswegen, irgendwann fiel dann der Name, ich glaub, wo sie vor Gericht ist, wo sie dann wirklich mal angesprochen wird mit, mit, äh, Miss Ruth Ginsburg. Und da dachte ich, äh, Moment mal, das ist doch die, ach, da, okay, mhm. Ja, also richtig gut, ähm, Gerichts, ja, es ist eigentlich weniger so ein, so ein Gerichtsrechtsdrama, es ist eher so ein, ja, einfach eine, eine Familiengeschichte auch, weil es wird natürlich auch die Geschichte von ihr und ihrem Mann erzählt. Und, ähm, dann dazu noch dieses ganze Rechtsthema mit drin, dann dieses ganze Thema mit Gleichberechtigung. Also für mich hat jetzt gerade auch so in dieser Woche, hat dieser Film für mich mehr bewegt, äh, in Richtung Gleichberechtigung als Barbie. Jetzt mal. Also wirklich, äh, weil hier wird gezeigt, wie wirklich sich jemand durchgefightet hat und was auf einer realen Geschichte basiert und was nicht von einem, von einer Firma gemacht wurde, die die ganze Zeit sowas herstellt und damit Geld machen will. Sondern, äh, hier wird wirklich gezeigt, wie jemand gegen alle Widrigkeiten und damals wurde ja auch wirklich viel riskiert, äh, von, von Frauen, um, um da das Wort zu erheben. Und deswegen absolut top, ne, auch schöne Szenen drin, wo sie dann zum Beispiel zum ersten Mal erkennt an ihrer Tochter, wie sich die Zeiten geändert haben, wo sie da am Regen steht und so. Wie weit kann sich wahrscheinlich erinnern? Oh ja. Richtig gute Szenen drin und das hat mich, ehrlich gesagt, mehr, mehr bewegt, der Film. Und da hatte ich auch mehr das Gefühl, dass hier was für die, für die Frauenrechte getan wird, als bei dem ganzen Barbie-Film. Äh, ja. Ja, ich finde, das kann man, das kann man nicht vergleichen, weil, ähm, äh, die, also ich weiß nicht, ob man das als Biopic nennen darf, aber eigentlich schon Drama, Biografie, wo es als Genre betitelt. Ähm, ähm, und, äh, ich finde, man darf jetzt nicht, äh, die, die Arbeit von Ruth Bader Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg mit, äh, der Rede von, von Barbie, äh, gleichstellen, um Gottes Willen. Ähm, ähm, äh, was, was ich halt so faszinierend daran fand, ist einfach, dass man, dass Felicity Jones das erstens extrem gut gespielt hat und zweitens, also ich weiß jetzt nicht, wie weit dieser Film tatsächlich den, der Wahrheit entspricht, also in, in kleineren Details, aber diese Stärke von dieser Frau, schon, schon während dem Studium, also ihr Mann, äh, bekommt die Krebsdiagnose, muss sich mal Behandlung unterziehen, will aber sein Studium weitermachen, also geht sie halt zusätzlich zu ihren Kursen, noch in seine Kurse, schreibt alles mit und berichtet ihm abends zu Hause, ähm, ähm, schreibt, tippt alles für ihn ab, sodass er den Stoff mitbekommt, dass er später dann doch noch die Prüfung machen kann und so. Ohne sie hätte er, hätte er sein Studium nicht mehr geschafft, ja. Ähm, ähm, dazu dann noch, äh, äh, die Tochter aufgezogen, später dann noch den, den Jungen dazu gekriegt und dann, dann, äh, der, 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 der ganzen Sexismus gegenübergestellt, dass sie nicht mal einen Job kriegt, nur weil sie eine Frau ist und Anwältin ist, ähm, ähm, als eine, eine der ersten Frauen an der Harvard School überhaupt studieren durften, durfte. Und das sind einfach so Sachen, ja, das, das zeigt einfach, wie stark, äh, so eine junge Frau sein kann und wie stark auch schon die Frauen in den 50er Jahren waren. Und, ähm, dass, egal welche Widrigkeiten sich ihr entgegengestellt haben, ähm, sie hat weitergemacht. Und, ähm, und, ähm, und dann wurde sie eine unglaublich gute Professorin und, ähm, unglaubliche Rednerin nach kurzem, nach, nach, nach ein bisschen Hindernissen und ein bisschen Überwindungskraft. Ähm, ähm, und, äh, das hat sie alles zu, zu dieser starken Frau gemacht, die sie dann später war. Und, äh, sie hat, es war, oder es ist für viele Gesetzesänderungen, äh, verantwortlich. Und, ähm, und das Schöne ist halt, dass halt dieser Fall, von dem du berichtest, mit dem, mit dem Mann, der seine Mutter pflegt, zeigt, ist, dass Sexismus eben nicht, nicht nur in eine Richtung geht, ja. Sondern, dass, äh, hier auch, äh, Gesetze existiert haben, die Männer benachteiligen. Und zwar Männer, die, äh, irgendeine Tätigkeit ausüben, die eine Frau eigentlich normalerweise macht. Äh, wie zum Beispiel die Mutter, die kranke Mutter pflegen. Der Mann ist Single, ja, der ist, äh, was war der, Mitte 30, hat halt keine Frau, keine Freundin, die ihm da helfen kann. Wie auch, wenn er sich rund um die Uhr um seine Mutter kümmert, wie soll er denn da eine Frau kennenlernen? Und dann soll er nicht mal, äh, äh, die, die gleichen Rechte haben, wie wenn jetzt seine Frau die Mutter pflegen würde. Also, das macht ja keinen Sinn. Und das zeigt halt auch, dass der Sexismus auch in die andere Richtung gehen kann. Und, ähm, das fand ich extrem cool. Also, die Botschaft fand ich sehr, sehr cool in dem Film. Ähm, dass, klar, hauptsächlich die Frauen benachteiligt werden, aber dass es eben auch mal andersrum sein kann. Und das durch Zufall halt im Steuerrecht, wo sich halt ihr Mann extrem gut ausgekannt hat. Und, äh, ja, also mich hat der Film richtig bewegt, ich fand den richtig stark, ähm, und, äh, ja. Das war ja der Kniff in dem Film. Ja. Dass sie gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich die Frauenrechte stärken, aber um das zu tun, müssen wir einfach eine Gleichstellung von allen Geschlechtern vor dem Gesetz erreichen. Das können wir am besten, indem wir zeigen, okay, hier ist ein, hier wird ein Mann benachteiligt und lass uns da mal in das Gesetz reinschreiben, dass das einfach egal ist, welches Geschlecht es ist. Und dann hast du diesen, äh, Präzedenzfall geschaffen, ja. Ja, richtig, richtig gut. Und, ähm, man kann sich auf IMDB auch, äh, jede Menge durchlesen, äh, in dem Bereich Trivia, äh, wie nah dran der am tatsächlichen Leben ist, welche Änderungen gemacht wurden für, für ein besseres Skript und für einen besseren Film und so. Ist ja immer dabei. Aber ansonsten, sehr, sehr runder, guter Film. Danke für die Empfehlung. Von mir acht Punkte. Von mir, äh, neun Punkte. Und, was ich noch dazu sagen muss, ich frage mich, warum dieser Film so lange an mir vorbeigegangen ist. Der hatte nämlich einen Kinostart am 7. März 2019. Mein Geburtstag. Ja, gut, 2019. Wann fing eigentlich Corona an? War das nicht da? Nee, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Nee, 2020 fing jetzt an. Ja, gut, vielleicht ist der in Deutschland nicht gelaufen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Film ging voll an mir vorbei. Es gibt einfach zu viel, zu viel Material. Vielleicht kamen da gerade irgendein, äh, zig andere Filme raus oder so in der Phase. Wer weiß. Okay, das waren dann schon so die Heimkino-Filme. Ich hab noch eine Serienempfehlung. Also, was heißt Serien? Das ist eigentlich ein Dokumentarfilm, den es auf Netflix gibt. Den packe ich jetzt mal hier mit rein. Der heißt Jonas Deichmann. Das Limit bin nur ich. Ähm, Jonas Deichmann, wer ihm folgt auch auf Instagram, wird da vielleicht schon einiges gesehen haben, was er so macht. Ähm, der ist halt ein, ein ruheloser, extremen Sportler, würde ich es gar nicht mal nennen. Ja, ein Abenteurer. Und der hat während der Corona-Zeit, das hatte, glaube ich, auch der, der Reini mal, der kennt den auch, äh, im Podcast-Bericht bei AHA. Ähm, da gab's nämlich mal eine Spendenaktion, weil er an der einen Stelle nicht weiter konnte, weil da Lockdown war und so weiter. Und, ähm, er lebt ja von Sponsoren, die seine, äh, Sachen finanzieren und was man jetzt hier in der Netflix-Doku sieht, ist eben dieses Unternehmen, was er vor, äh, einem Jahr, ein Jahr abgeschlossen hat und, äh, quasi was ein Jahr lang ging. Also, und das ist nämlich ein Triathlon rund um die Welt zu machen. Er ist mit dem Fahrrad, er ist, glaube ich, ursprünglich hier aus Stuttgart, ähm, und das wird auch gezeigt im Film. Gestartet ist er aber in München, weil er auch wegen seinen Sponsoren. Und ist mit dem Fahrrad losgefahren, äh, zur Corona-Zeit, quasi einmal quer bis nach Vladivostok, nach, einmal quer ganz durch Russland, ist dann dort, äh, auf dem Schiff, ist rüber nach Mexiko. Er wollte eigentlich durch die USA laufen, ging aber nicht wegen Corona-Beschränkungen, ist dann durch Mexiko gelaufen. Und, ach, halt, ich hab noch eine Etappe vergessen, er ist noch in, durch die Adria geschwommen, genau, ist dann durch Mexiko gelaufen. Und dann hat er sich nochmal übersetzen lassen, äh, nach Portugal, ist dann von Portugal aus mit dem Fahrrad wieder zurück nach München gefahren. Und das kann man in dieser Netflix-Doku sehen und auch, er wird ja dann bezeichnet als der deutsche Forrest Gump und gerade in, in Mexiko, wo er gelaufen ist, äh, hat das einen riesen Bass ausgelöst. Da war er im Fernsehen und alles und, äh, echt beeindruckend. Aktuell, wer immer ihm folgt, ist er gerade in den USA, will er das wahrscheinlich nachholen, den Lauf durch die USA, quer durch die USA, Forrest Gump-mäßig. Kann man ihn auf Instagram folgen, at Jonas-Deichmann, kann ich nur jedem empfehlen. Und wo läuft das? Netflix. Netflix, okay. Jonas-Deichmann, ähm, das Limit bin nur ich, irgendwie, ich glaube auf Englisch, Breaking the Limit oder so. Und, äh, sehr beeindruckend. Also alles mit, mit so GoPro gefilmt und er hatte natürlich eine Person immer bei sich, äh, die ihn auch gefilmt hat und die geguckt hat, wenn er nicht, äh, dass er nicht ersäuft oder erfriert oder irgendwas. Oder, ist ja klar, wenn er durch die Tiefen Russlands, da ist einfach mal tagelang niemand, ja, oder so. Oder durch die Baja Kalifornia, irgendwo, äh, durch Wüsten, da musst du schon zu zweit sein. Und extrem empfehlenswerte Doku, wirklich Jonas-Deichmann, das Limit bin nur ich. Und jetzt kommen wir schon in den nächsten Empfehlungen, das sind nämlich unsere Musikempfehlungen. Musik. So, Kate. Ich habe eine neue Strategie, was diese Musik-Tipps angeht. Eiskalde Engel, oder was? Nee, 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 nee. Doch, das kommt da auch, ne? Ja, ja. Ich habe eine neue Strategie, weil ich will ja nicht immer hier sitzen und denken, ja, ich, schnell, ich muss, mir muss noch was einfallen. Nein, ich schreibe mir jetzt immer was rein oder schreibe mir das auf. Genau, ich schreibe mir jetzt immer einen Song auf, sobald mir der, zum Beispiel in einer Serie oder in einem Film begegnet. Und ich denke, oh, der ist cool. Dann schmeiße ich Shazam an und schreibe mir dann einen Song auf und denke so, den muss ich euch empfehlen. Und diesmal ist es, ist mir der Film, ist mir dieser Song wieder mal bei einer Serie aufgefallen. Und der Song ist so toll und ich habe den schon so oft gehört und ich glaube, wir haben ihn einfach noch nicht auf der Liste. Und zwar, das ist von Counting Crows Colorblind. In welcher Serie kam das bei dir jetzt? Cruel Summer Staffel 2. Ah, okay. Ja, nee, ist auch eine bekannte Szene bei, äh, bei Eiskalte Engel. Ja, genau. Also der Eiskalte Engel Soundtrack. Ja. Also bis auf einen Song. So gut. Einen Song habe ich immer geskippt, aber ich hatte die CD damals und ich glaube, wer nicht, also ich glaube, fast jeder damals, der den Film gesehen hat im Kino, hat sich die CD gekauft. Das war damals noch von Dingen, ja. Chris, was hast du denn? Ich habe aus dem Film Darliland, habe ich The Spinner's mit Could it be, I'm falling in love. Okay. Alles klar. Ist auch für die Playlist drauf, Kinokast-Songs, könnt ihr abonnieren. Und ich habe wegen den Laufsachen von Jonas Leichmann, Lexi und K. Paul, Ride Road, ist auch schon drauf. Deswegen kann ich jetzt gleich unsere Tipps hier aus dem Dokument löschen. Ist da alles drauf. Und dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hattet Spaß, lasst ein Like da, lasst Liebe da auf allen möglichen Plattformen, wo ihr das jetzt hört. Liebe. Und genau. Und empfehlt uns weiter. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinokast. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF-Farkspotet Tschüss. Tschüss.